Hätte Mainz gewonnen, ja jetzt sind sie wieder um, wegen Scheiß. Hätte sie gewonnen, wären sie 6. geklappt. Schalke Mainz zu 0, Gladbach gegen Hoffenheim zu 2, Opa 3-1, Stuttgart Hertha 1-2, Nürnberg-Rauschweck 2-1, Freiburg auch für 2-2, Hamburg-Dorten 3-0 und der Rest geht erst mal auf. Die Frankfurter, die haben ja in Donner-Saisen-Uweber gehabt gespielt, aber können die heute nicht schwerer spielen spielen. Ja! 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 Du. Bra burns weiter! Diese Strnder-Re구나 Gebhardlishing ein Har Euch so viele Stro thousand ist, weil das Chatant prise uns bleibt! Vielen Dank.